Guten Abend, herzlich willkommen zum FCB Total. Der FCB geht das erste Mal in dieser Saison nicht als Sieger vom Platz. Und generell sind ja die kommenden Tage entscheidende Tage für rot-blau-europeisch, national, aber auch auf dem Transfermarkt. Und dafür habe ich den absolute Experten beim FCB, nämlich der Kaderplaner Philipp Kaufmann. Herzlich willkommen. Besten Dank, guten Abend miteinander. Erni, Salli, schon lange nicht gesehen. Salli, Chris, schön, dass du wieder da bist. Das 2-2 Philipp, ist das jetzt einfach ein Tolken im Reihenheft in der Startphase dieser Saison? Ist klar, man hat selbstverständlich auch gegen Lausanne die drei Punkte geholt. Die Saison war das erste Mal nicht mehr so ganz effizient, wie wir in den vorherigen Spielen einen besseren Effizienten angelegt haben. Auch die ein oder andere Fehler drin hatten, die dann Lausanne ermöglicht hat, das Goal zu schießen. Aber allem in allem, wir nehmen den Punkt und am Donnerstag steht schon wieder das nächste Spiel vor der Tür. Und der Fokus ab heute liegt ganz klar wieder dem Spiel am Donnerstag. Offensiv furios, defensiv vielleicht ein bisschen kurios. So könnte man es nennen. So das 2-2 Unentschieden in Lausanne. Eben, der Philipp hat es angesprochen. Die Effizienz hat ein bisschen gefehlt und defensiv hat man wieder mehr Schwäche gezeigt als sonst. Die rot-blaue Siegesserie ist gestern mit einem Unentschieden beendet worden. Gegen Lausanne hat der FCB seine Offensivkraft erneut unter Beweis gestellt. Das entscheidende Goal wollte aber nicht fallen. Die Spieler auf dem Platz sind in der Schlussmitte fast verzweifelt. Ja definitiv. Es ist dann halt ein bisschen so, dass wir dann einfach nicht mehr rein wollen. Ich glaube, am Schluss müssen wir irgendwie zufrieden sein. Es ist eine anstrengende Woche mit den Playoffs in der Conference League. Es ist auch nicht vom Druck her so einfach. Wir sind auch keine Roboter. Jetzt hier unten auf der Kunststrasse war es warm. 2-3 Tage später. Es sollte kein Ausrede sein. Wir wollten heute unbedingt gewinnen. Aber ich glaube, man hat auch gesehen, dass wir alles dafür gemacht haben. Und heute ist es halt leider nicht so rausgekommen. Der FCB war über weite Strecke in die dominante Reimannschaft. In der Defensive haben sich aber Mängel aufgezeigt. Die noch nicht eingespielten Eray Cemert und Andi Pelmar hatten Mühe mit den schnellen Gegenstösse. Ich denke, eigentlich sind wir nicht so schlecht ins Spiel gestartet. Wir kommen dann eigentlich durch die erste Chance ein Gegengol über von ihnen. Und nachher ist es auch mega schwierig. Sie haben voll ihre Karten gespielt. Sie konnten in der Defensive stehen. Wir mussten vorne drauf etwas riskieren. Und eben, ich meine, sie sind die Letzten. Aber so unterschätzen wir auch keine Gegner. Und die können auch Fussball spielen. Sie haben es auch letzte Saison bewiesen. Und ja, gute Jungs darunter. Und dann ist es halt einfach so, dass wir dort ein bisschen leiden müssen. Dann kommen super zu Rucks und 2-1 vorne. Und dann müssten wir es eigentlich ein bisschen reifer runter spielen. Nach den neun perfekten Spielen hat der FCB gestern also auch mal einen Tag verwischt, wo es nicht ganz nach Wunsch gelaufen ist. Nochmals, das Spiel ist heute vielleicht, wie andere Matches bis jetzt oft vor uns gelaufen sind, wo wir im Viering gegangen sind und die Gegner können terminieren. Heute ist das nicht so der Fall gewesen. Und darum ist es dann halt bis zum Schluss ein schwieriges Spiel gewesen, wo auch der Lucky Punch strenger gefällt hat. So muss der FCB mit einem leichten Dämpfer in die entscheidende Woche starten. Mit den Spielen gegen Hammerby und IB. Eben Philipp, wir müssen ja jetzt nicht überschreien, ein Dämpfer oder so. Aber der Walinde Stock gerade sagte, man sei ja auch kein Roboter. Ist das vielleicht jetzt auch mal so ein Resultat oder so eine... von der Belastung, die man jetzt auch in der letzten Woche hatte? Ich glaube, Müdigkeit habe ich nicht gesehen bei der Mannschaft. Das hat auch gezeigt, dass wir gerade in den letzten 15 Minuten nochmals zulegen und uns Chancen erarbeiten konnten. Ja, wir haben fünf Matches mehr dabei schon als jetzt im Vergleich zu Lausanne beispielsweise. Und das hat man vielleicht dann am Schluss auch gesehen, dass die nötige Effizienz, wie der Patrick vorhanden hat, die wir in den vorherigen Spielen einfach an die Angelegenheit haben, jetzt für einmal nicht so umsetzen konnten. Aber das gilt es zu akzeptieren und weiter geht es. Eben ja, Lausanne war auch nicht schwach gewesen. Ist das für dich ein Dämpfer gestern? Für mich war das absolut kein Dämpfer, weil man kann nicht sagen, dass der FCB schlecht gespielt hat jetzt dort unten. Man hat jetzt die zwei Punkte vor, weil man schlecht war. Man ist defensiv zweimal nicht effizient genug gewesen. Man hat auch jedes Mal diesen Goal gegeben, aber wenn man gesehen hat, was man offensiv alles trotzdem noch geleistet hat, und gerade in den letzten paar Minuten kann man drei Goal schiessen, da kann niemand reklamieren und dann hat man da wieder souverän gewonnen. Man hat zwei Punkte verloren, aber man kann nicht verrückt sein auf irgendetwas, weil das Spiel war schon okay und mit der Belastung, die man momentan hat, kann es halt einmal sein, dass man hinten mal irgendwo in einer Position hat oder ein Spiel hat, die nicht gar alles in diesem Moment geben kann. Und wenn man schaut, was das letzte Saison war, wenn man alle drei Tage im März gespielt hat, hat man ja noch geklönt, auch wir haben zu viele Spiele, wir mögen wegen dem nicht und so. Ich habe da nicht einen gesehen, der nicht hätte mögen, weil ich jetzt halt drei Tage ein Spiel gemacht habe. Und darum, ich kann nicht einmal unzufrieden sein mit dem Spiel. Schauen wir mal auf die Tabelle. Also eben, wir sind ja noch ganz am Anfang von der Saison, ist noch überhaupt nicht aussagend. Was uns stört, ist einfach, was der FC Zürich an erster Stelle ist. Mit der absolut maximalen Punktausbeutung, mit dem sind schon der FCB und Lugano und IB Ernie. Dann wirst du weniger. Ja, gut. Findest du das gerecht? Das ist logisch nicht gerechter. Ich glaube, der FCB hätte es auch machen können, wenn sie hätten wollen, aber wenn man so einen Lauf hat, dann braucht man das auch nicht. Und da haben wir schon einmal darüber geredet, wenn es läuft, dann ist man auch nicht müde und dann sind die Gedanken auch nicht da. Dann will man spielen und der FCB hätte einen Lauf. Und wie gesagt, auch in Lausanne, das Spiel, das war kein schlechtes Spiel. Und IB versucht halt jetzt vielleicht so ein bisschen Kraft zu sparen, weil die auch merken, bei denen läuft es eben nicht optimal. Und dort kommt jetzt plötzlich die Müdigkeit, wenn es nicht läuft, dann tue ich lieber mal das Spiel ein bisschen verschieben und dich ein bisschen mehr erholen. Ja, und das sind so dann die Vorsichtstaktiken. Und wenn ich hier vielleicht noch mal schnell einhängen darf, dann ist es absolut richtig, was Ernie sagt. Wir haben das selbstverständlich auch intern besprochen. Und ein weiterer Fakt, der für uns auch fürs Spielen gesprochen hat, ist, Lausanne war das erste Mal die Saison auf Kunststrasse. Wir spielen jetzt am Donnerstag wieder auf Kunststrasse. Es ist einfach etwas anderes, ob auf Natur oder auf Kunststrasse. Und die Hauptprobe mitnehmen für dieses immens wichtige Spiel, das war sicher auch ein Punkt, nebst dem Lauf, der für uns gesprochen hat, dass wir den Match ganz normal bestritten, so wie er von der Liga geplant war. Bevor wir auf den Donnerstag schauen, schauen wir noch schnell zuerst auf IB. Ist man auf Augenhöhe? Hast du das Gefühl? Ich glaube, das ist dann jetzt noch schwierig zu beurteilen. Und wir müssen auf uns schauen. Wir wollen jeden Match gewinnen. Das ist uns bis jetzt gut gelungen. Und an dem gilt es weitermachen, Woche für Woche. Und dann werden wir schlussendlich sehen, ob wir auf Augenhöhe sein können. Ja? Also ich denke, IB hat gesehen, was der FCB jetzt geleistet hat bis jetzt in der neuen Saison. Die haben gemerkt, da läuft etwas. Die Mannschaft ist gut. Die werden nicht mit so viel Selbstvertrauen wie auch schon hierher kommen und spielen. Und das wird sich 100% bemerkbar machen in dieser Leistung hier. Und der FCB weiss jetzt auch, was er kann. Ich meine, die Mannschaft, wie gesagt, spielt gut. Die spielt mit Freude. Die zeigt Resultate. Wir haben eine Cabral-Former, die den Samet jetzt im Moment richtig in den Schatten stellt. Und ja, es läuft jetzt wirklich für den FCB. Es sind entscheidende Tage. Nicht nur für IB, sondern auch für den FCB. Also die Conference League sage ich jetzt persönlich, das ist ein Muss. Klar, wir wollen in die Conference League hinein. Das haben wir von Anfang an so kommuniziert. Aber auch mit der Ausgangslage? Ja. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Hammerby hat es in der vorherigen Runde gezeigt, wo sie auch als Heimspiel 3-1 auswärts verloren haben. Und dann im Rückspiel zuhause haben wir 5-1 drehen. Hammerby ist heimstark. Die haben jetzt zwar einmal verloren, gerade vor zwei Wochen zuhause, haben sie seit dem Februar 2020 kein Heimspiel mehr verloren. Also da erwartet uns nochmal ein guter Gegner. Aber wenn wir unsere Leistung abrufen können, wie wir das in der letzten Woche haben können, dann bin ich überzeugt, dass wir den Weg in die Conference League-Gruppenphase hinein werden schaffen. Was meinst du, Julius? Wer wird das in Schweden oben? Ja, leicht wird kein Spiel. Auch das in Schweden nicht. Aber sie konnten jetzt doch wieder vorlegen. Ich meine, allein die Reaktion, die sie gezeigt haben nach dem Ausgleich, wo ja jeder denkt, jetzt wird es schwer und das wird nichts mehr und so. Da hat man nochmal zugelegt, hat zwei Goal geschossen und hat jetzt einen komfortablen Vorsprung. Und das müsst ihr auch zuerst wettmachen. Und da läuft nicht jedes Spiel so wie das, wo sie dort mit 5-1 gewonnen haben. Und wie gesagt, der FCB weiss jetzt was er kann und ich bin überzeugt, dass die das werden überstanden. Für dich als Kaderplaner, gibt es hier zwei Szenarien, Gruppenphase und keine Gruppenphase, was das Kader angeht? Ja, sicher die Anzahl der Spieler. Also wenn wir nicht in die Gruppenphase reinkommen würden, dann sind es einiges weniger Spiele, die anfallen, zum Spielen bei Luna zu halten. Das würde sicher einen Einfluss auf die Planung haben. Aber Stand jetzt, wir planen, dass wir in die Konferenz-League-Gruppenphase reinkommen und dementsprechend ist auch die Planung im Moment auf das ausgelegt. Also verstand ich die Richtung, dass vielleicht, also ich will nicht verschreien, aber wenn wir jetzt nicht reinkommen, das müssten oder dass vielleicht ein paar Spiele auch wieder gehen müssten? Ich glaube nicht, müssen gehen, nein. Aber sicher, man startet jetzt in die letzten Wochen von dem doch auch wieder speziellen Transferfenster, wenn man das global, international anschaut. und die Ideen, die wir haben, das ist sicher auch ein Vorteil, wenn wir in die Gruppenphase reinkommen. Die Frage, die ich Philipp jetzt gerade stelle, ist, geht er oder geht er nicht? Das ist so ziemlich Talk of the Town. Also Basel interessiert momentan noch eine Frage. Bleibt der Artur Gabriel beim FCB oder nicht? Die Angst vor den Fans ist natürlich gross, dass man eine grosse Name vor ihm auch wieder an irgendeinem Top-Club verliert. Und ich meine, anhand der Leistungen ist die Frage völlig bereit. Die Angst, wir schauen es gerade mal genau an. Die nackten Zahlen von Arthur Gabriel. 9 Match-Ernie, 14 Goals, 6 Assists. Ja, die Statistik spricht natürlich voll für ihn. Und die spricht eigentlich auch fast dafür, dass der irgendjemand noch holen will. Aber im Moment ist halt auch auf dem Transfermarkt nicht so der Teufel los. Entweder sind es die ganz grossen Superstars, die noch vielleicht etwas machen können und bei allen anderen ist man ein bisschen vorsichtig. Und ich denke auch, der FCB wird ihn nicht zu günstig lassen. Das wäre auch richtig so. Wenn er geht oder wenn man ihn lassen muss, dann muss man auch richtig für ihn kassieren können. Er ist ja gerne hier scheinbar. Und ich wäre auch froh, wenn er bleiben würde, weil er ist ja eine Lebensversicherung momentan für den FCB. Philipp, wie viele Angebote hast du auf dem Tisch? Stand jetzt ist kein Angebot da, wo wir uns ernsthaft diskutieren müssen. Das heisst, der Arthur ist im Moment da. Der Erni hat vorhin angesprochen, es kommt jetzt die letzte Woche los. Es ist, wie vorher gesagt, auch ein spezieller Transfer-Summer wieder. Es muss vielleicht auch die erste, der erste Dominostein muss fallen und dann kommt das Ganze wieder ins Rollen. Aber das können wir in dem Sinne, oder wissen wir Stand jetzt nicht. Wir müssen vorbereitet sein. Und wie der Erni ja richtig gesagt hat, Arthur hat eine hervorragende Statistik. Wir wissen, was er für einen Wert für den FCB hat. Und dementsprechend werden wir ihn selbstverständlich auch nicht verschenken. Also, wir wollen nicht konkrete Zahlen, aber bei der Transfersumme, die ihr wollt, spielt natürlich auch darin, dass noch 50% der Rechte glaube ich. Stimmt das? Das ist nicht korrekt. Es ist sicher ein Teil bei Palmeiras, aber das ist nicht in der Grössenordnung. Um genau die Zahlen zu nennen, dass das sicher ist. Am Schluss werden wir natürlich einen Gewinn machen, oder? Wie säest du aus vom Bauchgefühl her? Bleibt er, bleibt er nicht? Also bis jetzt bleibt er, bis jetzt ist er da und solange nichts anderes kommt, ist er da. Im Fussball kann man nie 100%ig etwas voraussehen. Es kann sein, dass am letzten Tag plötzlich ein riesen Angebot da ist, wo man halt muss unterschreiben, wo man nicht mehr Nein sagen kann. Das ist einfach so. Er spielt auch gerne, es läuft ihm super, die Fans unterstützen ihn und von dem her haben wir sicher gute Karten in der Hand. Eine Karte wäre auch die Qualifikation am Donnerstag für die Conference League. Schwierig zu sagen, ob das wirklich auf einen Spieler Einfluss hat in die Conference League oder nicht. Das ist das erste Mal, wo der Wettbewerb stattfindet. das ist für die Spieler etwas Neues. Man weiss noch nicht so genau, was für Mannschaften sind denn wirklich in dieser Conference League. Aber ja, es ist sicher eine Plattform, eine internationale, eine europäische Plattform, wo sich Spieler präsentieren können, wo man einen Vergleich hat mit anderen Mannschaften aus anderen Ländern. Und das hat es in der Vergangenheit auch immer wieder gezeigt, die Spiele, wenn man auf diesem Niveau gegen andere Mannschaften performen kann, ist man einfach nochmal in einem anderen Rampelicht als nur in Anführungszeichen in der Schweizer Meisterschaft. Erni, aus sportlicher Sicht ist Ado Gabriel, wir haben die Zahlen gesehen, fast schon die Lebensversicherung vorne vom FCB gerade in dieser Phase. Darf man ihn aus sportlicher Sicht überhaupt gehen? Nein, wenn man nur die sportliche Sicht nimmt, dann darf man nicht gehen. Das ist ja logisch. Das ist die Lebensversicherung vorne. Aber auch andere haben schon bewiesen, dass sie eben auch goal schiessen können, dass sie auch miteinander harmonieren. Males, mit all denen, der von vorne, der Esposito, wer auch immer da vorne reinkommt, auch ein Kasami kann goal schiessen. Von daher haben wir ja viele Leute in der Mannschaft, die goal schiessen können, aber man hat natürlich nur einen Cabral. Und der macht natürlich aus allen Situationen ein Goal. Weil der kann, wenn er einen hinten reinschlenzen kann, er macht Kopfgol, er macht die Fallrückziehen. Ja, der hat einfach ein Repertoire, welches sonst keiner hat. Und das ist wie gesagt, das ist natürlich für den FCB mehr als Gold wert. Und zwar wirklich schade, man würde ihn noch verlieren, logisch. Es gibt die sportliche Seite, dann gibt es die finanzielle Seite. Also verkaufen muss man ja auch nicht, oder? Nein, das ist ja so. Verkaufen muss man ja nicht. Darum, nochmal stand jetzt, er ist hier. Wir wissen, was wir an ihm haben. Klar, er hat eine überragende Quote im Moment. Das sehen wir auch. Ich glaube aber unabhängig, es kann auch sein, dass er sich verletzt. Also wir müssen unseren Job auch machen, in dem Sinn, dass wir auch variabler dort wieder werten. Sechs Beispiele gegen Siwe zeigt, wo wir doch von sechs Goals sechs unterschiedliche Torschützen hatten. Klar, das kann man nicht immer. Im Stürmer seine Aufgabe ist es auch, um Goalschiessen. Aber wir müssen schauen. Ich sehe unsere Aufgabe so, dass wir in dieser ganzen Offensivabteilung Spiele haben, die für zweitletzte Pässe, also zweite Assiste, für Assiste und auch für Goal verantwortlich sind. So werden wir auch unberechenbarer für den Gegner, selbstverständlich. Gibt es in den nächsten zehn, zehn, elf Tage, bis das Transferfenster schliesst, gibt es da einen Zeitpunkt, wo ihr sagt, ab jetzt nehmen wir nichts mehr an, weil wir auch nicht mehr reagieren können? Das ist so schwierig zu beurteilen. Selbstverständlich sind wir parallel wie auf allen Positionen dran. Wir haben unsere Shortlist, man steht am Schauen, was geht. Ich erwarte wirklich, dass in dieser Woche im internationalen Bereich noch einmal einiges wird gehen. Klar ist auch, wenn es dann fünf Minuten vor Schluss ist und man gar nichts hat, dann wird man noch nicht gehen lassen lassen. Das können wir uns nicht erlauben. Also, ohne noch einmal zu nennen, bist du denn schon an dieser Shortlist Nummer eins Nachfolger Gabriel? Hast du schon Kontakt aufgenommen oder passiert das erst dann, wenn es konkret wird mit dem Arthur? Bei dieser Shortlist, bei allen Positionen, da muss man immer in Kontakt sein. Man muss wissen, es kann jetzt täglich etwas passieren. Ein Spiel, das noch einmal anders hingeht. Darum gilt es auch, die Shortlist täglich wieder zu aktualisieren. Wie gesagt, am Donnerstag ist das wichtig, dass wir in die Gruppenphase hineinkommen. Das gibt auch noch einmal, das ist ein weiterer Meilenstein, der dann durch ist. Und dann schauen wir es an. Jetzt hat der FC Bayern noch ein paar verletzte Erne. Der Edon Chegrova, der G.G. Nasser und der Korti Gintia, die werden ja jetzt doch ein bisschen länger ausfallen. Sehst du noch Handlungsbedarf? Ich denke im Moment nicht. Man hat ja ein gutes, breites, grosses Karten. Das hat man. Man muss sich nicht zusätzlich noch mehr engagieren. Man hat ja jede Position praktisch zweimal gesetzt. Und die Leute, die da sind, die sind praktisch ebenbürtig. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, Philipp, dass man da noch mehr muss jetzt ersetzen. Ja, sicher nicht auf Basis von den Verletzten. Also die drei Spieler sind verletzt, das ist korrekt. Die erwarten wir aber alle im Bereich der Nationalmannschaftspause, ein bisschen früher oder ein bisschen später, dass sie wieder ins Mannschaftstraining integriert werden können. Also das sind nicht Spiele, die uns jetzt wirklich längerfristig ausfallen. Ja, wir haben generell noch ein, zwei Überlegungen, wo wir sicher dran sind. Spiele, die uns verlassen könnten, oder die noch dazukommen könnten. Aber wie der Erni richtig gesagt hat, das Ziel ist, wir müssen überall doppelt besetzt sein, gut besetzt sein, wir müssen eine gute Breite haben, für wenn das Programm kommt, jeder dritte Tag spielen, dass wir auch die Qualität haben, mit dem Ziel, jedes Spiel zu gewinnen. Nehmen wir natürlich auch die Rummengeister, sind Eray. Eray hat schon immer über Fimi Kobululu. Kannst du da vielleicht, also es geht ja Jenschen, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass der Polulu nicht mehr im Aufgebot ist. Ist das auch auf den Flügel, Innenverteidigung, sind das so noch die Gebiete, wo du den Vogel drauf fliegst? Bei Eray ist auch, Stand jetzt, es ist kein Angebot da, Eray kommt in sein letzten Vertragsjahr, Eray weiss man auch, ist ein Basler Junge, dass er irgendwann den Schritt machen will, aber das muss für ihn passen, für uns passen, und das ist Stand jetzt noch nicht der Fall. Affi ist im Moment nicht im Aufgebot, wir können auch nur 18 mitnehmen, und die anderen machen das auch sehr gut, und dementsprechend werden wir sehen, was dort noch gehen wird. Erni, was tippst du am Donnerstag? Ja, wie gesagt, ich bin überzeugt, dass sie das schaffen, weil die Mannschaft, die ist gut, die ist stabil, die kann auch auf negative Sachen reagieren, wie jetzt auf den Ausgleichen, letzten Match im Joggenli, wo ja viele denken, auch jetzt, sogar auch das Sprechensgefühl, auch jetzt kippt es ganz und so, nein, man hat dagegen reagiert, und das zeigt, dass das stimmt in der Mannschaft, dass man da nicht plötzlich dann aufgibt, wenn etwas nicht so läuft, wie es sollte, und das haben sie bewiesen, und ich bin überzeugt, dass sie dort weiterkommen. Also meine FCB-Fans, weder wegen der Conference League, noch wegen Mato Cabral, aktuell noch schlaflose Nächte. Ja, also Conference League sicher auch, wir brauchen einen konzentrierten Auftritt, wir brauchen einen guten Auftritt, und dann bin ich auch überzeugt, dass wir in die Gruppenphase reinkommen können. Aber wir sind uns einig, es braucht viel, aktuell, so wie der FCB spielt, dass sie das 3-1 aus den Händen geben, oder? Da muss der Hammabi auch einen anlegen. Klar, ja, wir haben uns eine gute Ausgangslage in diesem Spiel erarbeitet, das ist ja so, und nichtsdestotrotz, man hat jetzt gegen Losson plötzlich ein Fehler, und dann ist man eins noch hinten, also wir brauchen eine top-konzentrierte Leistung, eine gute Leistung, aber nochmal, ich bin überzeugt, dass wir das auf den Platz bringen können. Ja, aber auch in Losson hat man reagiert, oder? Korrekt. Mit dem hat man ja auch nicht so gerechnet, und trotzdem, man hat reagiert, ausgeglichen, und ist im Feuer gegangen. Er hat nochmal ein wenig geschlafen, aber wie gesagt, in den letzten 6-7 Minuten kann man drei Gäste machen. Einer ist ja mehr Zufall, dass der nicht rein ist, wo der Gäste noch nicht, und dann wäre ja alles wieder in Ordnung gewesen, aber auch dort hat man gezeigt, wenn es plötzlich negativ ist, man kann darauf reagieren, und das ist wichtig. Gut, dann hoffen wir, dass der FCB am Donnerstag und am Sonntag die Reaktion glückt. Vielen Dank Philipp Kaufmann, bist du bei uns im Studio gewesen, zum ersten Mal übrigens, mit dem letzten Mal. Und Erni, guter Matsch, falls du am Sonntag gehst, gell? Und Ihnen zu Hause, vielen Dank, haben Sie zugeschaut, adio miteinander.